Dann heißt es weiter in Vers 9 und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Siehst du, falsche Propheten kommen eben oftmals aus den Juden. Und das ist ein harter Fakt, den du einfach akzeptieren musst. Ach, das ist so antisemitisch. Nee, das ist einfach nur biblisch. Denn die Bibel sagt, dass wir uns vor den Hunden hüten sollen, vor den bösen Arbeitern und vor der Zerschneidung. Und mit der Zerschneidung sind Juden gemeint. Wir sollen uns hüten vor Irrlehrern aus den Juden. Ich habe den Vers, das war jetzt glaube ich aus Philippa Kapitel 3, ungefähr zitiert. Aber wir sollen uns hüten vor Irrlehrern konkret aus der Beschneidung oder aus der Zerschneidung, wie es da heißt. Jüdische Irrlehrer, all die Judaisierer, die kommen eben mit jüdischen Legenden daher. Die kommen mit irgendwelchen Geschlechtsregistern daher und sagen dann eben sowas, wir haben Abraham zum Vater. Aber Johannes sagt eben, denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Was im Grunde genommen damit sagt ist, eure bescheuerte Abstammung ist so viel wert wie ein dummer Stein. Gott könnte einen Stein nehmen und aus einem buchstäblichen Stein einen Sohn Abrahams schaffen. Einen Nachkömmling Abrahams schaffen. So viel wert ist eure bescheuerte Abstammung nämlich nichts. Denn rate mal was, Gott ist der Gott der ganzen Welt, nicht nur der Juden. Die Abstammung spielt für Gott keine Rolle, ganz besonders wenn es um die Errettung geht. Ich meine, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Ihr seid alle einer in Christus. Die Abstammung spielt keine Rolle. Aber das ist eben was Juden glauben, dass sie aufgrund ihrer Abstammung, ihrer angeblichen Abstammung von Abraham ganz einfach gerettet sind. Das ist was wirklich Juden auch heutzutage noch glauben. Das ist natürlich purer Rassismus. Nun Gott ist kein Rassist. Die Bibel sagt eindeutig, dass er aus einem Blut jedes Volk der Menschheit geschaffen hat und so weiter. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Ich liebe diesen Vers, weil es so eindeutig uns aufzeigt, wie sinnlos unsere Abstammung ist. Es spielt keine Rolle, woher du kommst. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du gerettet. Aber sie haben eben nicht an Jesus geglaubt. Da hat ihre Abstammung ihnen überhaupt nicht geholfen. Aber sie haben nicht geholfen.